Hey, hey! Willkommen zu Let's Play Amnesia Custom Stories Kidnapped. Jetzt geht es hier weiter. Ich habe mir ein kleines Walkthrough angesehen. Nur um zu sehen. Nur ein bisschen, wie es weiter geht. Und ja, man muss eine Kiste öffnen. Kann ich ja nicht wissen. Ich meine, das sieht genauso aus wie alle anderen Schränkungen und so. Aber ich sage mal, das ist witzig an Amnesia. Kleine Dinge, die helfen dir immer weiter. Also... Ja, hier sind wir zuerst stehen geblieben. Du fahr' hier weiter. Äh, 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 äh. Äh, 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 komm, äh. Lass mal sehen. Wo, was denn? Ah, genau, hier. Äh. Oh, und... Ja. Wie ich's gedacht habe. So, dann rum. Okay. Wine Storage. Wimki! Flеру womicki... Wiimki! Äh, äh, hätte ich mir denken können. Ja, na, ich muss nix dem rum. Sag ich mal. Hier sind zwar Balken vorne, aber wahrscheinlichßerlich braucht ihr den Hammer dafür. Würde für mich am meisten Sinn ergeben. hier muss aber hier jetzt das heißt muss man wieder vorne gehen wieder hier muss wohl hier ganz in die mitte gehen start ins licht denn hier start ins licht funktioniert nur die seien geht nix sind hier keine sachen muss ich schleim mir scherzen mit anmachen so hallo um ist der Weg gar nicht so wie gar nicht eine karaktärin ich werde ich werfe es hier weg und so hier auch wo schützgert sie es verdammt Ich bin nicht sicher, ob ich da durchlaufen sollte, oder einfach nur warten. Scheiße, scheiße, scheiße. Geht weg, geht weg. Geh, verdammt, nochmal weg hier. Hm, ich kann mal sagen, ich hab mich hier richtig getrowed hier. Mal hier weiter durch hier. Jetzt will ich mal hier analbeißen. Hm, okay. Bleibt natürlich nur die Frage offen, wie ist der zum Teufel da nochmal durchgekommen? Ha, Stowage. Du musst aus diesem Ort rauskommen, so schnell wie möglich. Ja, darauf wäre ich auch gekommen. Okay, 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 okay. Hier, ähm. Holy shit. Na. Fuck, Physik. Pasch schon. Ja, hallo. Oh. Mal backen küssen. Hm. Hm. Äh, äh, äh. So. Äh. Hallo, Michel. Hallo, Jörg. Äh, ich bin schwein. Äh. 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 Partyart. Äh. Spau. Spau. So. Du, 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 du. Nur mal eine Kiste und so. Ich weiß nichts, was in ein paar Säcke. Und... So. Tja. Okay. Okay. So. Ach. Hallo. Martin, the sailing of the arena is weak. I think we should reinforce it before it caves in. Look like it could some cold come down any second now. Someone should go into town and buy some materials to fix it. Gut. Jut, jut. Wird gemacht. Wollte jetzt nicht dieses kleine bisschen, was ich noch an Öl hab verschwenden. Können hier doch ruhig nur müssen Öl mehr dazu. Würde nicht schaden. So. 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 Ach. Und da bin ich ja gekommen. Also... So. 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 Oh, hallo! Vielleicht wird was passieren, wenn ich das aufhebe. Also... Aber... Dö. Noch nichts passiert. Du weißt mal, wie ich das mal extrem hier auch spargene. Oh... Hallöchen. Was war nix? Vernunfttrank... Oh, das soll sich mal noch was... Besseren an hier. so naja außerdem werde ich penumbra let's play was außerdem also es gibt zwei penumbra spiele und das sind eben die vorgänger von amnesia kann man sagen bisschen dauer grafik hat stand so lampe taschenlampe und so und so weiter verschlossen hier macht sinn hallo mein freund party hart hallo schweinchen hallo ich bin die macht liebe oh ja aufgenommen wenigstens ich habe eine brechstange aufgenommen und nutze ich die nicht maja klar ist logisch ich glaube ich muss davon an der tür kommen wo blut war so vom monster her halt was ist das denn überhaupt das kann ich nicht offen und machen kann es auch nicht das heißt das heißt das heißt da geht doch dass man sie nicht bevorzten was oder es sei denn sie machen was nervös wir haben wir heute trafen wir haben Wiener die Bälle sind die Inhalt haben wir die inhaltung sind von inhaltung von eigentlich We acknowledge our actions as a sign of our devotion. We have been cursed. Stefano, run into the cellar with the prison key. There is no way I can get out of here before the creatures. I am going to kill at least one of them before I meet my end. Forgive me, lord. Fuck! Fuuuuh! Nein, 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 nein. Ah, falsche Tür. Verdammt. Bleib hier ein bisschen in der Ecke. Ach, wahrscheinlich ist es jetzt ein Monster, das einfach nicht mehr weg geht, ey. Und direkt hier halt, ne? Finde ich scheiße. Finde. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe das nicht kaum gesehen. Ich dachte, der wäre irgendwo dahinten. Fuck. You must run. Also, wieder zurück hier. Mother of God hier. Whoa. Shit, shit, shit. Falt die Tür. Fuck. Goat. Fuck. Huh. Holy fuck die bloßwecke 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 ok wird hier langsam ruselig die custom story gut show hier hallo öl fasting ich mag das aber f weil kann ich hier nicht f benutzen oder g oder hä kann ich jetzt mal nicht anzünden oder was ich brenne ein paar chemikalien mit handburger alles klar tolle animation tolle animation ja eben nicht ja e b und so halt hallo penis man du hast ne feder bei dir ist nicht gut ich decke dich mal zu das kann ich Das macht jetzt aber auch keinen Sinn. Ey, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich hier rüber muss. Mal rein. Halt. Pasche. So. Oh, hier nicht. Ey. Hier eine Box. Da und dort. Hallo. Ich bin da komplett blöde, dass ich hier nicht durch kann. Ach ja, und jetzt? Ich stehe jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe mich komplett durchdrehen. Ah ja. Jetzt macht das mir der Sinn. Oh. Key to freedom. Das ist ein Name irgendwie. So. Stuhl. Action. Anboxen. Und bam. Und. Ne. Zunderbüchse. 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 Ja. So. Ah. 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 Tinderbox. Tinderbox. Ah. Ah. Flumft reflections. Sanity potion. Und … Ah. Oh … Er ist nichts drin. Mal Kissen und Kissen. Sk Response k equipped. Ne. Nöö. So. wolle was genau passiert ist, оло. Und wie soll ich Sonne anwenden? Bitteschön. Ach. Hallo. Kann ich es nicht hoch machen, oder? Nö. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt sowieso schon 20 Minuten erreicht. Ich beende hier mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Amnesia Custom Stories Kidnapped. Ehh. 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 Ehh.